Papa, was schaust du so? Ich hab grad was gesehen. Parasiten, die töten ihren Wirt. Und der Mensch eben, die ganze Welt. Krone der Schöpfung. Am Arsch, du schleimiger Parasit. Nicht jetzt. Und meinst du, dass du der Einzige bist, der nachts wach liegt und den das belastet, wenn eine Vorhänse explodiert und Rohöl im Wert von 200.000 ins Meer rauscht und das pro Stunde? Die leben nur, wo alles andere tot ist. Papa, wenn meine Freunde zu Besuch sind und du sitzt oben auf einer Lampe. Er trägt ein Fell auf seiner Haut wie eine Maske, aber er liest mich. Ich will so sein, wie er. Hab ich das wirklich gesagt? Er ist der einzige Mensch, der unser aller Weiterleben auf fairen Planeten sichern kann. Wir sehen uns. Ja!